Hallo, es geht um Weidehaltung von Tieren. Die Tierhaltung in riesigen Stallanlagen, wo die Tiere überhaupt nicht mehr rauskommen, ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Tiere sollen auf die Weide. Da sind sie besser aufgehoben, da spielen sie eine ökologisch gute Rolle und da können sie die Flächen auch düngen. Also die Tiere und die Ackerflächen gehören zusammen und auch das ist wieder ein Hinweis darauf. Der Dünger entsteht ja von den Tieren und wenn Tier und Fläche beisammen sind, kann man das ganz gut kombinieren. Bei der Beweidung von Gründüngung und Zwischensaaten kann tatsächlich dann auch die Düngung der Flächen erfolgen und dieses ganze Desaster mit hunderten Kilometern Dünger durch die Gegend fahren, ist dann auch vom Tisch. Ja, die Tierhaltung kann man durch Rotationsbeweidung, Mob Grazing immer auch so aufbauen, dass die Tiere einfach die Böden verbessern und man kann das halt auch kleinräumig machen. Sogar hier, wo ich jetzt bin, das ist hier ein Nachbar, der Schafe hält, die sehen zwar wie Ziegen aus, aber das sind Schafe, Kamerun-Schafe und die werden hier kleinräumig beweidet und der Dung, der hier entsteht, geht gleich halt in die Gemüseflächen hier ein. Und ich habe jetzt vom Autor ein schönes Buch zugeschickt gekriegt. Das heißt Weidefleisch und dieses Buch finde ich sehr, sehr gut. Deshalb möchte ich das hier mal kurz besprechen. Weidefleisch Handbuch für Erzeuger und Verbraucher von Felix Oliszewski. Hier ist er auch zu sehen. Und ja, danke für dieses tolle Buch, was wirklich ganz, ganz viele Hintergründe bringt. Ich habe viel gelernt, obwohl ich mich gut auskenne und das finde ich immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass das gründlich recherchiert ist. Die Internetseite zum Buch ist weidefleisch.org und dort ist halt ein Netzwerk für Menschen, die da was machen wollen. Das ist etwas, was die lokale Wirtschaft stärkt. Verbraucher und Erzeuger kennen einander und typischerweise wird Weidefleisch kleinräumig erzeugt und von den Kunden aus der Umgebung abgenommen. Und es ist halt eine Sache, die ja sehr, sehr viele Vorteile hat und die ein zusätzliches Standbein sein kann für die Betriebe und die Möglichkeiten, die da sind, sind sehr groß. Vielfach werden natürlich Rinder gehalten, Kühe, Schafe, Ziegen sind auch üblich. Was weniger üblich ist die Kombination. Also man kann tatsächlich nach den Rindern drei Tage später dann Hühner in Mobilställen über die Flächen grasen lassen, weil die Parasiten dann gefressen werden. Parasiten sind ein großes Problem für weite Tiere und die Hühner picken dann die Parasiten daraus und dann hat man so ein schönes Gesamtsystem. Und hier in dem Buch sind halt sehr viele Tipps drin über wie macht man es, also damit man realistisch ist, was so die Erwartungen betrifft. Es wird sich niemand da eine goldene Nase mit verdienen. Es ist eher so, dass vernünftige Arbeit einen vernünftigen Preis hat. Den Tieren kann es gut gehen und ganz wesentlich ist, dass dieser Transport, fürchterliche Transport zum Schlachthof wegfällt, was für die Tiere furchtbaren Stress bedeutet. Und wenn Tiere unter Stress geschlachtet werden, sind diese Stresshormone im Fleisch und machen die Menschen auch stressig gestresst. Und das ist halt alles nicht schön. Und in dem Buch wird halt auch ganz klar dargestellt, dass der Weideschuss ideal ist, weil das Tier dann stressfrei stirbt. Und erfahrungsgemäß, das habe ich auch schon häufig bestätigt bekommen, wenn ein Tier herausgeschossen wird aus der Herde beim Grasen, gucken die anderen Tiere kurz auf und grasen dann weiter. Und das ist halt einfach eine Art, die einfach einen angemessenen Umgang mit dem Tier ist, wenn man es denn schon essen will. Und die einfach kleinräumige Haltung, lokale Wirtschaft, das ist das, was ich bevorzuge. Hinten sieht man hinter mir hier sieht man auch so ein Hühnermobil noch. Und ja ansonsten hier Gartenanbau nach Marktgartenmethode mit den schmalen Streifen von Beeten. Es ist doch immer wieder toll zu sehen, wie viel man so anbauen kann auf relativ kleinen Flächen. Ja, damit will ich es belassen. Die Hinweise zum Buch unten drunter. Und natürlich nochmal, ja hohe Düngerpreise und auch hohe Dieselpreise sollten einfach mal zu lokalem Handeln führen. Dann ist das vielleicht eine heilsame Sache, weil wenn man abhängig ist von globalen Systemen kann halt sehr, sehr schnell was schief gehen. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Bis dahin. Tschüss.